Herzlich willkommen in der Praxis für Naturheilverfahren in Wesel bei Ihrem erfahrenen Heilpraktiker Herbert Klasen. Ich biete meinen Patienten je nach Behandlungsbedarf und Krankheit unterschiedliche Therapien zur Verbesserung ihrer Gesundheit an. Der Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Krebsvor- und Nachsorge, Regenerationstherapie sowie Behandlung seelischer und psychischer Erkrankungen. In meiner Praxis erfahren Sie Professionalität in naturheilkundlichen Untersuchungen und Behandlungen, aber auch Einfühlsamkeit und Menschlichkeit. Für Fragen und ausführliche Informationen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne während der telefonischen Sprechzeiten zur Verfügung.